Ein anderer Tunnel ist im Weg. Das geht bis dort hinter. Okay, und hier ist ein anderer Tunnel im Weg. Okay, wenn das Spiel meint, dass es so ist, dann ist es. Oh, hier muss ich, glaube ich, viel... Ob das hier so, oder ob ich das noch ein Stück nach links mache. Ich habe mir gerade, ob das sinnvoller wäre, das hier zu machen. Hier muss ich, wenn ich hier rauskomme, muss ich, glaube ich, weniger... ...weniger planieren, glaube ich. Oh, nur mal Abzweigung. Na gut, das ist eigentlich jetzt nicht wirklich eine Abzweigung. Aber das weiß er in dem Moment das Spiel nicht. So. Ein anderer Tunnel ist im Weg. Und hier auch. Okay. So, Höhe 2. Und das kann jetzt interessant werden, hinten auf Höhe 2 zu kommen. Höhe 4. Gucken, wo ich da jetzt ungefähr rauskomme. Hier. Das ist Höhe 5. Aber das ist wahrscheinlich wirklich sinnvoller, das hier zu machen. Wenn man einfach hier jetzt mal... ...ein ein Loch reinschraubt. Oh, wie das einfach sogar passt. Geil. Und hier hat 2 Milliarden Gewinn gemacht. So, kann man das jetzt irgendwie... Wo kommt denn hier ein Tunnel raus? Ja, das wäre akzeptabel. Da muss ich dort nicht hoch oder irgendwie Terraforming machen. Und der Rest... Und der Rest... Gut, das wäre eigentlich dort jetzt ein Tunnel bis dorthin. Da würde ich das zumindest, dass hier ein paar Signale hinkommen... ...hin passen, das hier mal so machen. Und dann muss ich da nur so eine Kurve reinbauen. Dann hätten wir das doch hier einigermaßen gut gelöst. Dann kann man das wieder abreißen. So, genau. Jetzt müssen wir nur noch hier irgendwie mal weiterbauen können. Wir sind wieder bei gut. Okay. Gut, ein bisschen was hat das jetzt gebracht, aber auch nicht viel. Egal. So, und dann hier. Äh... Wenn wir den Bahnhof... Guck mal, hier wäre gerade so eine schöne Lücke hier. Wenn wir dann versuchen, den Bahnhof hier reinzusetzen. Ach so, dann habe ich da hinten wieder das Problem... Ähm... Jetzt mal gescheit hinsetzen hier. Dass hier alles unterirdisch ist. Ansonsten würde man hier gut wegkommen. Hm. Dann wäre man auch schon hier hinten angekommen. Den Bahnhof hier hin. Oder hier hin. Dann müsste ich das Stück hier hochbauen. Dann könnte man dort unten drunter durchkommen. Oder sehe ich das falsch? Und hier könnte man dann die Stadt drumherum bauen lassen. Das wird eigentlich fast schon cooler sein. Weil hier könnte man dann wirklich die Straßen noch gescheit einrichten. Das wird auch Nagai-Nebengleis genannt. Ach, das ist natürlich wie blöd jetzt hier mit dem hier, ne? Da komme ich hier ganz knapp nicht durch. Und auch hier hinten das Ding... Na gut, das könnte man dann wahrscheinlich noch ein bisschen umbauen hier. Das heißt, der Bahnhof, der muss noch eins nach rechts, ne? Sonst muss ich nämlich hier... Wobei ich da ehrlich gesagt lieber tendenziell, äh, das hier einmal umbaue. Ich meine, jetzt die Stadt, die hasst mich dafür. Und dadurch ist es natürlich auch kein Dreierabstand hier. Aber machen wir das mal schneller. So. So. Achso, die lenken jetzt dort um der Zug, okay, ja gut. Und damit hier noch ein paar Gebäude hin, ne halt, richtiges Gleis bauen bitte. So, komme ich jetzt eins durch, ein anderer Tunnel ist im Weg, das ist wahrscheinlich hier hinten der, schätze ich mal. Okay, dann komme ich nämlich hier direkt an der Kante raus, hier. Aber gut, das ließ sich ja lösen, indem ich einfach da oben hochbaue dann und fertig. Dann fülle die Strecke halt direkt dort drüber. So, was war das jetzt hier für eine Bahn? Eine Schmalstuhrstrecke 130, okay. Die hier. Natürlich noch einmal verlängert. Lohnt sich eigentlich jetzt hier mittlerweile eine zweite. Eigentlich schon, ne? Könnte sich fast lohnen. Na gut, 520 Passagiere, dann machst du ja mal leer hier direkt, ne? Dafür ist eigentlich hier oben zu wenig los in der Station für den zweiten. Die vergeben auch hier relativ viel. Daher können wir ja dort mal schnell eine Straße hinbauen, wo ich dann, können hier noch ein paar Gebäude hinstellen. Das da weg. Das weg. Aber das wäre auch immer erst so ein Sorgenkind, ne? Was so im Verlust war. Und jetzt hier 1,5 Millionen im Jahr. Das war jetzt auch nicht so die Masse. Im Vergleich zu den, also dann könnt ihr mal gucken, was die Maglev Post macht. Die macht 20 Millionen. Das ist schon heftig, dass wir dann auch noch, ähm, wenn das Schienennetz ja fertig ist für die Magnetische Bahn, dann nennen wir das Thema Post. Dann nochmal angehen. Also ist natürlich schön, wenn er, selbst wenn das Ding am Ende, das Spielkarte endet, wenn er vielleicht die Strecke trotzdem anzeigen könnte. Meiner bescheiden mal noch so, jetzt kommen wir hier hoch. Gut. Wenn ich jetzt hier einen Tunnel baue, wo komme ich denn da raus? Dort hinten. Das wäre, glaube ich, äh, müsste man gucken. Ob das passt? Ich glaube, die Staffel, die dürfte jetzt, glaube ich, auch gleich im, war das November oder Dezember? Zwei Jahre alt werden, ne? Heftig. Aber klar, es gibt ja auch genug zu tun, ja. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich muss hier rüber und dann die Kurve kriegen, hä? Könnte ich da mit dem Tunnel durchbauen? Sieht fast so aus, ne? Hier kommen wir so ne Brücke hin. Hier kommen wir so ne Brücke hin. Danke. Danke. Okay. Musik. Bis zum nächsten Mal.